Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von katholischen Haltern am See, auch in den Tagen nach der offiziellen Weihnachtszeit gehe ich gerne zu den Krippen in unseren Kirchen und sitze auch gerne an der Krippe in meiner Wohnung. Auf den ersten Blick eine ganz normale Krippe. Und doch einige Elemente sind da, die wir nicht auf jeder Krippe finden. Ein stilisierter Baumstamm mit einem Apfel davor, eine Arche und die Krippe des Jesuskindes steht auf einem Kreuz. Eine alte Legende erzählt, dass von dem Baum aus der Mitte im Paradies der Mast für die Arche Noah gemacht worden sei, das Holz für die Krippe des Jesuskindes und das Kreuz Jesus selbst nachher. Natürlich nur eine Legende. Eine Legende, die aber deutlich macht, dass Gott, um sein Heil zu wirken, seine Schöpfung und seine Geschöpfe gebraucht. Seine Schöpfung, in der wir leben, seine Geschöpfe, die Sie und ich sind. Ein ungeheurer Zuspruch, der uns geschenkt wird, aber auch ein Anspruch. Jedoch sind wir mit diesem Anspruch nicht allein. Der, der für uns Mensch geworden ist, ist in unsere Menschlichkeit hineingegangen und geht mit uns. Vielleicht entdecken Sie das auch jetzt noch beim Besuch an den Krippen. Ich wünsche es Ihnen und eine gute Woche. Ich wünsche es Ihnen und eine gute Woche.